herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele mal wieder mech arena und es geht heute weiter mit dem turniergames deswegen viel spaß ok bei diesem turnier im game spielt jeder gegen ihn und mpcs sind auch da und und Hehehehe! Speed! also das heißt ich glaube ich bin gerade erster hat er mich erwischt dieser sieben käse schon mal sehr gut rache ja also ich glaube mal ich bin die nummer eins hier 15 ist sicher guck mal der zweite hat fünf kills weiß erster und zweiter spieler weil ich mit dem noch mit dem noch gestorben hat sich nur einen dritten spiel gab wahrscheinlich keine ahnung aber bombe mega also übrigens ich mache jetzt mal drei und dann viel spaß bis zur nächsten runde die nächste runde geht los so Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ups, haben wir falsch den Knopf gedrückt? Egal. wenn man jeder gegen jeden spielt sollte man nicht in der mitte laufen immer die wand im rücken haben weil du kannst von überall beschossen werden nicht mein kind wirst du weiter Ah, Mist. Zupi. Los, da geht noch einer. Ich habe erst sechs. Okay. Mensch, wo verstecken die sich alle? Naja, verstecken. Ich weiß ja, wo sie sind, aber... Der Weg ist so lang. Oder ich bin so langsam. Ich bin nicht der Erste. Ich bin dritter. Es gibt es doch nicht. Ah, der zweitbeste Spieler. Der ist so langsam. Der macht gut Schaden. Gut. Dann sage ich mal, bis gleich in der dritten Runde. Ah, erst mal schauen wir uns hier. Mein neues Ding, das ich mir gerade gekauft habe. Pilot. Da ist die Belohnung. Und jetzt sehe ich, wie viel wir schon gemacht hat. 196. Schön. Gut. Dann sage ich mal, bis gleich. Okay. Die nächste Runde geht los. Macht eigentlich Spaß hier dagegen. Aber jetzt nehme ich den hier. Ich möchte ein bisschen schneller unterwegs sein. Problem ist nur, er ist schnell down, ja. So. Eins. Dann sage ich mal, bis gleich in der dritten Runde geht. Okay, ich bin an der Spitze. Ah! Die Sau ist runtergesprungen, wo ich gerade. Okay. Okay. Also immer, wenn ich einen Kill kriege, bis die Leben dazu wieder. Das war wohl nichts. Dann nehme ich jetzt mal einen anderen. Den Tank nehme ich nicht. Okay. 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 Oh, schnell da. Oh, ich bin nicht mehr erster, okay. Ach, Mensch. Was gibt es noch nicht? Ein Schuss noch? Geht doch. Ach, Mensch. Zweiter Platz. So, ein Mist, aber auch. Oh, okay, gut. Das war jetzt die zweite Runde. Die dritte Runde war es jetzt. Jetzt muss ich mal bis 13. Gut, dann will ich mal sagen, was war es für heute? Ähm, ja, Level immer schön. Zwei Siegpunkte. Also die ersten drei haben gewonnen. Das sind immer die Sieger, wenn jeder gegen jenes. Gut, dann sage ich mal, danke schön für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du mal nichts mehr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.